So, hallo und herzlich willkommen zurück zu den Filmemower Shack Enchanten. Ja, ja. Da haben wir wieder so einen Biggie Smalls haben wir da wieder. Ja, ja. Ja, was sagen die noch gleich, wir was passiv brauchen? So, hier haben wir noch. So, komm, weg. Mein Rauch ist leer. Und nichts auf der Map? Doch, da. Das ist ja schön. Jawohl. Orbital Flug. So, jetzt müssen wir nur noch da rüber. Zur großen Zentrale. Da hin. Und das Ding auseinandernehmen. Alter, so viel auf dem Radar. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Jetzt kriegst du zurück. Wo ist er denn? Der ist oben wahrscheinlich. Von wo? Na also, nein. Das gibt's doch nicht. Ah, Mann! So, Ruhe jetzt. So, Ruhe jetzt. Gleich so. Geh mal auf den Sack. Oh, endlich. Ruhe und Frieden. Frieden! Da kommt man nicht nicht hoch. Ah, da drüben haben wir zwei Gefängnisse noch. Keine Sorge, Leute. Ich hol euch hier raus. Oh. So, da hin, da hin, da hin, höher, hä. Haben wir noch Sprühkunst. Und da oben ist noch eine Kamera, ne? Kann ich die von hier vielleicht so? Ne. Na gut. Ah, Controller seitwärts. Oh, das ist noch nichts. Oh, das ist noch alles. Dafür sollte man mir Geld geben. Ha, cool. Da braucht jemand Hilfe. So, das Blöde ist, wir haben jetzt einen Orbitalflug, aber wir haben die Prozente noch lange nicht erreicht, um den Final Fight zu machen. Oder? Ich glaub's zwar nicht, aber mal gucken. Genau, 49% erst. Das heißt, man könnte die drei Kameras mal hier mit dem Rest kaputt machen. Okay. Okay. Hoppla. Wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich. So. Bei dem Aussehen. So. Gehen wir mal nach da hinten. Da haben wir auch noch was. So. Eine Kamera. So. Das Ding nehmen wir auch noch gleich mit. 34%. 34% den Agenten noch und dann haben wir eigentlich die 30. Die geh ich mal von aus. Oh, da muss ich schon wieder da hoch. Mir tun die Ohren weh von den Kopfhörern. Ich mein, die kann man gut und lange tragen, aber mehr als zwei Stunden ist leider nicht. ein Chinese. Nein. 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 Hä? Wo ist der? Gut, da wird Hilfe benötigt. Das ist doch. Da ist er. Zu viele Leute da. Egal. So. Hier wird ja Hilfe benötigt. Komm hoch, Digga. Ach, jetzt ist der Orbital-Satel. Professional Gameplay ist kaputt. Hä, was? Ne, den haben wir nicht gefunden. Da ist der Drecksack. Such dir einen Job, Mann. Oh. Schmerz. Ach ja. Ach ja. So. So. Gut, dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal in Folgen. Oder ich mache jetzt erstmal eine etwas längere Pause, sodass ich ein bisschen rendern kann. Hm. Um die Konzentration mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Ah. Puh. Oh. него, ein buch. Das ist toll. Da warst du pc. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.